In diesem Video erkläre ich dir, wie du dir einen separaten Kopfhörermix in Logic Pro X für deinen Sänger oder einen Instrumentalisten erstellen kannst. Bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal Lernste Musikproduktion in Logic Pro. Diese Frage, wie kann ich einen separaten Kopfhörermix für meinen Sänger oder für meine Sängerin erstellen, habe ich sehr, sehr oft bekommen. Und deswegen möchte ich sie jetzt heute hier beantworten. Ich bin leider nicht dazu gekommen in letzter Zeit wegen meiner Serie und so weiter. Jetzt möchte ich sie kurz beantworten und ich möchte dir meines Erachtens jetzt die einfachste Möglichkeit geben, wie du das machen kannst. Also um was genau geht es? Wenn zum Beispiel ein Sänger bei dir im Studio einsingen möchte und er hat Kopfhörer auf und steht jetzt bei dir direkt im Aufnahmeraum mit drin, dann ist die Sache relativ einfach. Wenn du ein Audiointerface hast, das zwei Kopfhörerausgänge hat, dann kannst du einen nehmen und gibst dem Sänger einfach den anderen Kopfhörerausgang, über den er sich dann den Mix lauter oder leiser machen kann. Meistens ist es speziell bei Sängern aber so, dass die ganz gerne noch ein bisschen Hall auf ihre Stimme haben und dass sie manche Instrumente beim Mix einfach leiser haben möchten oder die Backing Vocals leiser haben möchten. Und das ist jetzt natürlich schwierig, wenn du nur einen Kopfhörerausgang hast und deswegen brauchst du einen separaten Mix für deinen Sänger oder für deinen Instrumentalisten, wo du die einzelnen Lautstärke, Unterschiede oder auch Hallanteile separat einstellen kannst. Und wie das in Logic geht, das zeige ich dir jetzt. Ich habe hier ein Projekt angelegt und was du hier jetzt siehst, sind die Lead Vocals ganz links. Nehmen wir also mal an, du hast eine Sängerin da, die möchte heute einsingen, sie möchte aber einen separaten Kopfhörermix. Zunächst mal musst du dir einen zweiten Ausgang, einen anderen Ausgang auswählen und zwar ist das der physische Ausgang deines Audiointerfaces. Also es sollte einen Mono- oder Stereoausgang haben und zwar gehe ich hier einfach auf Sense und dann auf Ausgang. Das siehst du hier. Jetzt kommt es darauf an, was du für ein Audiointerface hast. Du kannst hier Monoausgänge wählen oder was für einen Kopfhörerverstärker du hast und du kannst hier Stereoausgänge wählen. Du solltest dabei beachten, dass Ausgang oder Output 1 und 2 meistens reserviert sind für deine Hauptmonitore. Also das sind die Monitore, die meistens in deinem Schreibtisch stehen. Ja, das ist meistens 1 und 2. Und dann kannst du hier bei 3 anfangen. Ich habe jetzt hier ein Stereo Audiointerface oder ein Stereo Kopfhörerverstärker und deswegen nehme ich hier Output 3 und 4. Und jetzt siehst du schon, dass er mir hier einen neuen Output angelegt hat. Das ist 3 und 4. Den benenne ich mal kurz um in Headphone Output 3 bis 4. Dann weiß ich, was damit gemeint ist. Und jetzt kann ich hier einen separaten Mix rübersenden, indem ich den Sendregler hier rüberdrehe für meine Sängerin oder für meinen Sänger. Du möchtest natürlich jetzt in diesem Fall nicht, dass sie alle die gleiche Lautstärke haben, sondern ich kann das hier individuell verstellen. Und was ich meistens auch noch mache, ist, dass ich hier diesen Output Pre-Fader mache. Das bedeutet, dass die Fader-Level hier im Mixer keinen Einfluss auf die Send-Level haben, die ich hier rüberschicke. Das heißt, ich kann jetzt also schon individuell einstellen, einen separaten Kopfhörermix. Noch einfacher kannst du dir das in Logic machen, indem du die Funktion Sense auf Fader benutzt. Wenn ich die jetzt hier anmache, dann siehst du, dass die hier gelb werden oder golden werden, diese Fader-Knobs hier. Und jetzt kann ich für meine Sängerin hier zum Beispiel schon separat einstellen. Wichtig ist, dass du hier noch hier oben auch das Richtige auswählst, also Output 3 und 4. Und jetzt kann ich hier einstellen zum Beispiel, wenn sie weniger Backing-Vocals möchte, wenn sie mehr Hallanteil möchte oder weniger, wenn sie zum Beispiel das Piano leiser haben möchte, sich selber lauter haben möchte und so weiter. Und die Harmonie ist zum Beispiel hier leiser. Und jetzt kannst du hier so einen separaten Kopfhörermix für deinen Sänger verstellen. Somit hat er einen komplett anderen Mix, und zwar den, den er möchte, in seiner Gesangskabine oder im anderen Raum, wo er steht. Und du kannst hier im Control Room einen komplett eigenen Mix haben. Wenn ich jetzt hier wieder auf Sense auf Fader drücke und du beobachtest unten die Volume-Fader, dann siehst du, wie die hier wieder zurückspringen. Und jetzt habe ich hier im Control Room einen separaten Mix. Diese Methode funktioniert wunderbar, wenn du einen Kopfhörer-Verstärker hast. Das ist natürlich wichtig mit Stereo- oder Mono-Eingang und ein Audio-Interface mit separatem Output oder wo du einen separaten Output wählen kannst. Wenn du noch mehr Logic-Tricks haben möchtest, wenn du dich noch nicht so gut mit Logic auskennst, das vielleicht erst neu gekauft hast und noch nicht so gut damit zurechtkommst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir noch mal zehn weitere Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Unbedingt runterladen, hat schon vielen weitergeholfen. Zehn Logic-Tipps, wie du deinen Workflow in dieser DAW verschnellern kannst. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie machst du deine Kopfhörer-Mixe? Arbeitest du in einer anderen DAW und da geht es einfacher, weil in Logic finde ich es ein bisschen schwieriger? Oder arbeitest du mit Logic und habe ich dir jetzt hier die Lösung gegeben, wie du das machen kannst? Auf deinen Kommentar freue ich mich. Schreib es mir bitte gerne unten rein. Ansonsten schicke ich dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann!